Mein Gott, war das eng! Mal gucken, ob er mein Ziel erreicht hat und von 1500 Followern Ich bin da da oben, ne? Jetzt sind wir bei 1462 Das ist schwer Fuck Wind wird gepoppt Zwei 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 Ich habe mal mein Laptop gehabt und ich habe gerichtet für ein fertiger Bildschirm nachzunehmen. Sie betreten ein Sicherheitsbereich. Was fehlt denn? Ich platze aus Mangelwurrhe. Achte Sachen auch. Aber da kannst du auch Stanner für... Ja, ich muss definitiv Stanner noch kaufen. Die Mordien. Weil, ich sage es einfach dir, ich muss zwei Streamdriver laufen lassen. Das ist ein KD von TikTok, ein KD der Streamlabs. Dann brauche ich zweimal Chatfenster. Chatfenster von TikTok, Chatfenster von Twitch. Da brauche ich Kontrollfenster, wo ich dann den Stream von Twitch kontrollieren kann. Und dann ein Streamfenster von TikTok, ob der doch richtig schläft. Und dann einfach drauf. Ich brauche am Anfang alles zu tun. Und dann eben ein Bildschirm, wo ich dann gleich drauf zucke. Hand vor den Mund. Hier sehen, den nennt sich ein Mister Piercing. Ah, guck! Oh, ich hasse Vollgeist, ich ja auch so. Hm. So, dann. Wo? Was muss man Low-Haut machen heute? Ich bin schon bekanntlich so zu ihm englisch. Wenn wir noch mal sehen. Ihr gesehen, dass Jäggons Mama so Sterne benutzt und die verkauft? Für Weihnachten? ich schwöre ich werde ihm ... er hat so ein perfekte Worte, ich werde ihm welchen abkaufen ich schenke die euch dann wo wollt ihr? oh ja, rümtummen sachen, so gerümne dienst, wen mich als erbe stört ne, streit, weil ich nicht singe, aber ich mache in den anderen streit, weil ich singe, aber ich soll machen ja die sind ja auch alle scheiße, ne, ich bin scheiße ich meine, sie muss dann sich keiner füllen an der Schädung, wenn ich in den anderen die für den? ja naja alle sind kleiner als eure, glaube ich oh, hör auf oh, chill mode schief ne Scheu schon holle hör auf warte, ich versuche aus dem Spiel rauszukommen okay jetzt tut mein Finger weh, mach das nicht nochmal oh, mal ah, und knapp sind wir noch am Spiel sind ein Schockerströbe, was läst warte 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 du meinst heute okay und das blüßt richtig gut die blindschleiche meint er grafisch grafisch mega stark, also du warte in viel handieren, adi so und das und ich meinst nicht so hoffänglich ja, das ist klar Also Delt-Spieler werde dir nicht Spaß finden Okay, dann kannst du früh sie mit 5G 100 Mbc ziehen Ja Moment, wunderschön Ach Leute, ihr wart nie mit mir feiern Ich war nicht mal was zu trinken, um so zu sein Tragbares elektronisches Gerät erkannt Nein Nein Seid ihr fast fertig? Das dauert ewig, diese Pisser sind nutzlos Das ist mir schlimm von uns in Deutschland aus, dass du musst dein Netz dehnen und den Opa Ja Weißt du, was der ganze Opa schafft Wir haben neulich ein paar eingefangen, die sich fit aussehen Ganz einfach, sie, und dann, ja, der hat erst raus mit nur Glasfaser Da kriegst du 1 Gigabyte Leitung ran, und die gibt dann auch 5 oder 6 Häuser verdient Geht ihr deinen schwächsten Arbeiter und statui ein Exempel an ihm Verstanden Wenn der Tisch vor Schüttere gerade im Netz ist, dann kannst du früh sie, was der vielleicht 100 Mbc ist Ja Wenn der H2 ausbaut, da muss du warten, dass dein Opa schafft, alles schafft, vielleicht Ja Kommt Kriste, du Maschine, Bruder Ist doch traurig von uns, wenn du sagst Ist mega traurig, das Der wurde wunderschön, denn der könnte ich gar nicht Aber trotzdem, Deutschland für uns ist immer so profiliert, dass sie in so ein hechtentwickelt Land sind Ich hab's nicht bezahlt, das ist mir egal. Du musst dafür stellen, da wird so Länder wie Thailand ein Indienhund etwas bessere Verdehlung vom Netz wie in Deutschland. Ja. Und in Thailand hängt Rute und Bam, an denen hängen besser Leute. Oh. Oh. Oh mein Gott, ich glaub ich bin der Erste. Lauf! Oh nein, ja. Ja. Und er läuft viel besser wie mir. Ja. Also mein Arbeitskollege, den würde ich in Deutschland verlassen. Und den würde ich komplett in Thailand wohnen. Ach, warum wirst du mir auf den Kopf, du kleine Huber? Und du musst dafür stellen, da passt immer 1.300 Euro, wenn du jemand verdienst. Krass, das ist schwer. Äh. Ist der King. Ja, du bist mega King, weil der ist der Pau von Dave, wo wir in der Regierung verdienen. Entschuldigung, verdienst du knapp 600 Euro und der ist ein Fett Pau. Hat's noch mal gehalten wie auch, ja. Fass mich nicht an, du kleine Huber. Ja. Finde ich wieder so gut, der Musik will machen. Das ist geil, wenn sie immer ein Foto von seiner Terras schickt. Was ist das für uns, dass ein Skorpion Fassade rüberklammen kann? Ja, das kann ich mal feststellen. Das ist die Bibelzettung. Wißt du so, hier schickt mir so ein Foto von seiner Terras und der Samuels dann durch so Skorpions laufen wird. Wißt du, wie ist denn die Skorpion-Dönerkomm? Ja, Skorpionen können Fassade rüberklammen, weiß sie das nicht? Äh, nee, die Döre laufen nicht gerade frei rum. Naja, Gott sei Dank, ne? Ne, weil die kriegt man einen epileptischen Anfall. Oh, Milch, da gibt das schon. Gott sei Dank, ne? Ich werde aufhören, mich bitte alle anzutatschen. Ich mag das nicht. Ich mag das auch nicht in real life, wenn man mich untoucht, dann so halt auch. Diese Katschis. Auf dem Weg, Mann. Schon Andreas hätte dir schon die komplette Dinge. Dann sind wir wieder runter. Hör auf mich an zu tatschen, ne kleine Ohren. Du wirst in meinem Weg gewesen. Ich schub's nicht runter. Hey, Jefferson Trade Center, das dachte ich nicht so, die Hunde... Okay. Okay. ... 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 Ich hab schon in Indien einen Hotel gekauft Und nicht gerade etwas Kleines, etwa ein fucking Schloss Hier sind 20.000 Euro Ja Nur der Ding ist komplett renoviert Ich schweige den ersten Mal, wird mal kein 100.000 ausgehen dafür Ja, und wie gesagt, die Verdinge noch normalerweise, nein Ja, und voilà, und hefreit halt einfach mal europäisch präzter, dass die Leute hinzugehen Jo, komm, ich bin mal nett, geh besuch, man Wirst du dumm von, ne? Ja Ja Pause Spielen Ich kann auch Pause machen, gucken wir uns den Stream an Ist das egal Ich will nicht gucken Oh, ich will nicht gucken Ein Eindringlinger am Osteingang Tötet sie! Was zur Hölle! Es ist die Division Na und? Töten Dringen sie in das Parkhaus vor und nehmen sie Espinausers Spur auf Er sorgt normalerweise für Chaos Ich möchte mir was zu trinken holen, Leute Willst du rufst trinken? Ich kann das Oh ja, collision Ich verdreifte Oh, Lord 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 Ihr könnt jetzt auch keine Scheiße über Sava reden, weil er hat das Headset auf. Man, wie weit aus der Gehchen hat eure Luft hochgelärft. Ein richtig geiler Hund, ne? Der allergeilste. Der allergeilste Hund von allem. Der allergeilste Hund von allem. Der allergeilste Hund von allem. Ich geb deine Nordrhein, bitte. Der allergeilste Hund von allem. Der allergeilste Hund von allem. Der allergeilste Hund von allem. Ah, wieder mit Salva. Alessandra hat mir geschrieben. Sehen? Was halt? Aua, aua, aua! Ne, los mich mal drauf. Was ist du da? Kommt er einfach mit ner ganzen Packung an. Espinosa's letzte Position ist ganz nah. Der Schildknoten ist nicht... Er braucht wieder seine Pappetina. Ja. Oh, er schattelt den Hout um 6 Uhr aufhinken. Was halt? Not schaffen. Man hat 6 Uhr... Oh, was? Also, ich muss es. Aha, für mich? Sicherlich um 20 Uhr, ob sie wenn du abgetaucht bist. Nein. Du wolltest auch ein dick spontan dazu, diese Idee, dann ist... Ich denke, wir haben uns nicht gestartet. Ich würde sagen... Ich weiß ja schon, also... Ich kann da nicht garantieren, dass ich pünktlich du werde sein. Oh, komm da doch, das wird schon gut. Du bist besser. Ich komm ran, getröppelt gemittelt und hier guck mich schon. Was? Oh jense, das ist nicht der Nischt. Ich könnte noch zu ihm bleiben. Das ist schon gut, das ist schon gut. Geh einfach den Hout. Aber ich mache dann... Lass mich mal drauf. Nicht du, Bibi, nicht du. Alles gut, mein Schatz. Ich hasse nicht so frei, ob es zu steuern. So, frei, ob es zu steuern okay, aber nicht schon so frei. Ich habe die Idee geschafft, schon um 6 Uhr abzumachen. WTF, bin sie kein Bäckerei? Ja, mit den Leuten, die kommen in 4 Uhr, und du hast überhaupt eine Schalt hier hinten gemacht. Ist auch nicht schlimm. Ich muss das am Anfang auch nehmen. Ähm, was meckert der Stream? Der Streamer so ruhig sind. Das ist alles in der Reihe. Was für uns? Es ist nur so, wenn du es so machst. Verstehst du? Aua, aua, aua. Das ist nicht gut. Ja, aber du willst... Wir haben darüber diskutiert, was du meinen Hasen siehst. Gut. Mein Gott war das genau. Das ist am Anfang auch nicht. Ich war genauso wie du. Ich habe es nicht gecheckt. Wieso mache die so viel Damage? Das stimmt, ne? Was? Ah, ich muss nochmal gucken. Wettfels, äh. Der Inhalt des Spiels in deinem Livestream ist für ein jüngeres Programm nicht angemessen. Vielleicht solltest du dein Video äh, auch das Geschütz markieren. Wunder ich doch. Aber, ja. Ich bin bei besserer Musik. Du siehst mein Streamer an, oder? Der Knoll-Fans. Ich liebe Kim, dass er mir das gezeigt hat. Jojo. Das juckt. Was soll denn in die Dusche, du Penner? Sagst du, denn ich kann man ganz im Gesicht kratzen. Das Lauf ist auf Nutzern und Nutzerinnen begrenzt, die mindestens 18 Jahre alt sind. Ja, das war doch auch gestolpert. Wie hat die Zeit dann gemauelt? Sag ich dir denn, du sollst dich öfters duschen? Ich will durch. was sollt. come on baby come on come on come on yana wo ist das? wo hast du dein talent gelassen? du bist auch ein allrounder aber wo ist das? wir haben das hier gerettet Gott sei Dank Wenn du nicht hängen bleibst Nein, da wird es stehen Das war es, das war es, das war es Das war es, das war es Das war es, das war es Gewonnen Um mich anzufassen im Hura Ach so Das ist Aggression bei mir, spielen das nicht gut Berechtigung gewährt Bitte warten Niemand Ich will meine Ruhe Echt Ich wollte niemanden anstrengen Ich versuche nicht mal zahlbar anzukrabbeln Also gut Ich weiß nicht, das war es auch nicht so wie ideal Du musst dir vorstellen Normalerweise ist ja normal, dass du Ob all ab ist Wenn du an die Grange gehst Ein Übergabe musst du dem Abischkollege Mh Die wollen das nicht Die wollen Anhand von meinen Notizen Sollten anderen Mh 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 Who Mh esto Mh L Mh 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 Sohn Mh 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 im festinventar drin es gibt mir die ringe was bist du denn für eine mann gehst du weg ich hau dich weg ich bin mal die echt jetzt Ja, ja, ja. Ich fühl das richtig Spickse, was du gemacht hast. Du nimmst die Bälle und du machst ein Tor, ein Gekor und wir müssen in Gelb. Die ist richtig gut. Jaaaaa, come ooon! Ich weiß, was er hier ist, aber... Komm, weiße Kopf. Komm. Wipp, 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 wipp. Watt? Nee, ist schon die Gründe benutzt. Wapp. Oh, eine Pferde. Das ist nur das Neu-Pro. Ich möchte mich mit dir hin. Pixel, jetzt ist ein Moment. Ja, das ist das Neu-Pro, genau. Die Watchfahrt, wie meinst du? Geil. Ich mach das mit Alessandra immer. Jo? Nicht sein Liebkammer. Hmhm. Was spielt der Papi? Ich spiel deine Prozessung. Ja. Jetzt, wenn sie jetzt einen Film anschauen. Na. Na. Nee. Nee, auch nicht. Nee. 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 Das war's für eine neue Spiele, ich habe mit meinem Handy momentan gesunken. Monster Hunter, no. Das ist nicht witzig aber. Hallo Kim. Hallo Kim. Nein, er steht da gerade. Es ist schon am überlegen ob ich aber soll er mir im Conje nach Enkel für eine 24h streamen können. Das ist doch nass. Ich kann so das Kimi machen bis nächstes Jahr. Okay. Das ist die letzte Conje. Es ist schon witzig. Was für die nächste Conje? Ähm, ich hoffe nur noch zwei Dich. Ja. Ja. Das ist ein guter Tag. Ja. 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 Boah, der zieht so viel Gage nachher, ich weiß nicht, ob er durch die Ziele soll. Ich bin wieder dabei, bei meinen Armbändern. Guck. Was ist das denn? Pascal, ich bin wieder auf dem Läscher, ich bin wieder auf dem Läscher. Nein, nein, nein. Läscher mal nicht. Nein, der Läscher wirklich nicht mehr. Nein, ich passe nicht auf den Läscher, ich bekomme einen Rästchen oder nicht. Aber ich habe es Gefühl, dass er nicht unten war. Uhhh, bis sie bald gebläht hat. Diese Schlampe kann noch nicht weit sein. Verfolgen Sie sie. Ich. Ich. Ich meine, echt jetzt? Ich will wieder auf mir zuzugucken, wenn du mitfällst mich. Schwer. Verarschst du mich? Hast du dieses Buch? Wir haben einfach dasselbe Buch. Ja. Ich hab keine Lust komplizierte zu machen, denn wenn ich die verkaufen will und ich müsste anfangen ultra komplizierte zu machen, nimmt mir das zu viel Zeit. Deswegen mach ich lieber die Einflücken, weißt du? Ich mach immer... Ich mach immer... Ich. 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 Die Musik gerade tut mir leid. Ich guck eher die Musik als das Spiel. Quatsch. Hört auf damit. Cyber auch. Ah, Mann. Die Musik sind schon schwer. Es ist fettig. Ja, Mann. Die Musik sind schon schwer. Die Musik sind schon schwer. Ich hab... Ich hab das... Ja, aber man hört nur... Ich hab die... Ich hab die... Lass... Ich hab die... Vielen Dank. 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 Tschau. Tschüss. Meine liebe Leute. Jetzt machen wir jetzt wieder die Sammlung von den SHD. Aber zuerst. Aber zuerst werde ich mal eine rauchen gehen. Und... 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 Vielen Dank. 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 Und... Du bist... ... 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 Hat mir den jetzt geschrieben? Gott, ehrlich, jetzt beziehe ich mich absolut gar nicht. Drei Stück, ja natürlich, klar. Logisch. Ich schwöre, ich werd so weggefickt. Ah, Jungs, warte auf, wir sind zu verschöten hier. Jo, Jo, laut, laut, laut. Oh, 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 oh. Ich kann mich bis zu überleben, ey. Oh. Oh, Kimberley. Und wie lange bleibt du mit ihm? Nächste Woche. Hast du die ganze Woche? Bis jetzt? Nein, also das ganze Woche. Okay, das ganze Woche. Ja. 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 Ja, wir müssen ja erstmal wieder 38 hoch gehen. Bibi. Und. Wir haben überlebt. Wir haben überlebt. Wir sind qualifiziert. Wir haben überlebt. Bibi. Wir haben überlebt, ja. Ja. Ich bin der Meinung nach. Ich bin im Game. Am zweiten Tag waren schon Hacker-Song. Also pikst du in CR. Okay, jetzt einfach durchlaufen und die Krone finden. Ja, und die Krone mit CR. Okay. Okay, tötte ich mich sofort oder erst später? Geil! Nein! Haben Sie mich? Ja, naja, sieht schlecht aus. Die Zombies sind gar nicht fern. Wow! Ne, geil, heute gut gespielt. GG an euch. Achtung, Agent. Müsst du Peter, ne, Carsten? Ne, ich werde noch warten. Ich werde nicht den vollen Preis bezahlen. Ohlala! Wer kommt also so? Oder bist du am Sparten? Ne, ich bin ein Pfennig-Fluchser. Ich kaufe immer billiger ein. Bibi, hast du das jetzt verstanden, was er auf luxemburgisch gesagt hat? Teilweise. Teilweise. Das wird zum Problem, das ist wie mit Marcel, das wird zum Problem. Quatsch! Du kannst doch froh sein, dass ich immer denn was verstehe. Ne, Beppo ist, ist ein, ähm, ja. Was ist Beppo? Beppo verdient mehr Geld als wir alle zusammen, aber er gibt's nicht auf. Nur wenn man es hat, heißt das nicht, dass man es ausgeben muss. Nein! Nein! Oh nein, ich, ne. Ich hab keinen, es hat noch keinen Sinn, ich werd weinen. Die Map, die fickt mich in alle Himmelsrichtungen, vergiss uns. Du könnt jetzt schon weinen. Die Map ist geil, ich weiß nicht. Ja, ja, du bist auch geil. Du bist froh, ich war. Ja. Ja, wenn's im Float, bleibst du schon, das ist sonst. Du bist aber ein bisschen draußen, ein bisschen. Ja, aber wenn du, wenn du, wenn du erst mal reinkommst. Ja, ich bringe sie euch rein. Das ist geil, ich bin so schlecht. Ich komm gleich an zu weinen. Ja, okay, das kann ich auch sehr gut an. Guck, ich bumm's hier rüber, aber gerade wie eine Eins. Ich sag immer, du blöde Hupe. Ja, ich sag auch andere Wörter, ich weiß, Beppe. Ja, 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 ja. Habe nicht, aber Königin drin. Aber das ist Dylans Schuld, der hat mich verkorkst. Ich hab's geschafft, ich bin, glaub ich, erst da, ne? Aber bei Dylann ist es immer lustig, wenn er die Leute verschimpft. Wieso? Ich sag's, Merk, na! Fick dich, Mom! Ah, Dylann. Ich hab letztens die Clips geguckt, weißt du, die wir gemacht haben bei, ähm, Prolef Tüten? Ich hasse, ich hasse das Spiel, ich hasse mein Leben, Alter, ich bin so schlecht, Alter. Schande, Schande über mich und Schande über alles angehen. Das ist das erste Mal, dass ich diese Meff geschafft habe. Geht nicht durch die Mitte, wenn ihr es nicht hinbekommt. Warum? Weil du kriegst ein Sauna-Team. Komm! Eins! Weil ich mein Leben in den Griff hab. Komm, 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 komm! Komm! Halt dich fest! Komm, 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 komm! Jawohl! Du meinst echt Nylann, wer da, ne? Wer? Nee! Nee! Er fehlt mir noch, du warst Scheiß. Du warst Scheiß! Oder, ähm, fies du Püt! Was willst du fragen, Marion? Und ich brauche mal zwei Euro. Wie will? Die Sounds sind so geil einfach. Musik Ich hab nachruss dem engen Geschmack Gebot parade quand man das schafft zu form ach, SCH meus! Ich bin läbel gesucht, weil ich schon noch ein H CP Alright, gar nichts Verstandlos schaffen aber für drei personen es sind ein gutes service mehr das schöne flair für das schnitt mei es ist einfach Das macht mich sehr interessiert. Ich habe meine Person im Telefon. Ich habe meine Familie, ich habe eine Frau, und der Klienter ist der Reine. Aber du wirst dich schlafen! Das ist so, das ist so. Mit meiner Familie ist das so. Sie sind schläge, schläge, ich weiß nicht. Sie sind sehr schön, Montenegrin. Das ist eine Frau. Ich habe sie angefangen zu spüren. Was ist das für mich? Ah, jetzt habe ich dich gehalten. Jetzt habe ich nichts zu sagen. Jetzt habe ich nichts zu sagen. Was ist das? Ja. Ah, wir müssen das Gemälde nachmachen. Was ist das? Sie dreckig ausländer, bist du? Ja. Luxor ging nicht so immer bei der Stadt. Immer nimmt die perfekte Montenegrin, die Serben und die ganzen direkt. Die brauchen wir bis zu Krieg, dass du dann kommst. Ja, und Israel wird gespielt, versucht erfindet, wird der Auftritt verschwinden. Ekelhaft, was du gerade gesagt hast. Wir müssen ein Bildchen machen, Leute. Guck. So. Ich muss noch nicht mehr drauf. So. Bibi hat wieder ein disconnect. So. So. Nein! 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 Nein, nein, Pixel, komm her! Komm her! Ich komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Komm her! Oh mein Gott! jetzt wirst du mir da mal was machen? ja, ein anderes im Wartel die Tränen ich bin euch beide ich bin euch beide auf der Kuh ihr beide ja, schreit hier du, die Lache ist sogar schlimmer als vorm Fallen ja, dann kriegst du es alleine hin die Aufgabe war nicht dass wir das ganze Ding die Aufgabe war nicht wir fehlen noch bei der Kuh nein, komm mal, nein ich mach's weg ja, nein, weg ja nein oh mein Gott warte warte so nein doch doch so und der und der und der und der ok und dann und dann und dann hier ja und der und der und der jetzt jetzt machst du noch das fachsinn ja ja ich weiß mich einvertrauen oh mein Gott ok ich mach oben warte 1 1 1 2 ok und dann hier 1 1 2 und dann 1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5 6 6 6 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 9 9 10 11 11 12 12 13 12 26 12 13 14 10 15 15 15 15 15 14 18 15 15 16 15 Ich geb sehr viel Geld aus dem Hammer. Das weißt du doch gar nicht. Ich, ich, ich. Also ich bin aus dem Spiel gestorben. Gibt's Lokale? Boah, der tut weh, der tut weh. Jawohl, ja. Schön. No, no, no! Projekt auf die Fertigstellung. Warum sind wir nur noch zu Brett? Weil ich von Anfang heraus aus mit Internetverbindungen gekickt wurde. Ja, dann ging weg noch. Nein, nein. Wir können nicht gewinnen, weil das ist ein Wettkampf. Ja, aber wir sind noch Platz 1. Ja, wir sind noch Platz 1. Die nächste ist drin. Hallo, ich möchte dir helfen. Sie war nicht gut. ich habe naja du bist ja auch jetzt noch tik tok fame warum redest du überhaupt noch mit mir dem model weil ich nicht weil ich dich toleriert und weil du immer mit mir pekanier essen ich hätte die eltern eher geschlagen dass ich habe mir echt gewünscht dass er den wäscher seiner mutter an die an den kopf haut man hätte die nicht mehr das ist aber noch mal das sind portugiesen die die sind hier zu hat weiß kinder mein haupt mein haupt mein lieblings ich habe es nicht mehr nein nein macht ihn aus ist weg ist weg im dj ich hasse diesen typ gar nicht das ziel ist in der nähe ich will dass sie das ziel ist gar nicht null du musstest du singen wie ich es denn es ist cool das ist gar nicht cool egal wie ich singe es ist nicht cool egal na na vieles vieles komm her ich mich egal egal sie liebt den dj sie liebt den dj sie liebt den dj ekelhaft sie tanzen ekelhaft und treibt sich mit ihm fort ekelhaft ekelhaft falsche kulturmusik er sieht sie nicht er sieht sie nicht ich mag egal lieber aber egal komm ich hab die sich auf den winder ich gefeiert als er damit seiner mit seiner tochter dann baby gemacht kommt er aus dem ruhrgebiet ja was geld alles ausmachen die schleifmaschine die papa mit nach hause gebracht hat ging auch nur die war innerhalb von 24 stunden wieder weg wegen mama nein er wollte sie behalten aber mama wollte nichts ja mal weil mama nicht wollte man hat das letzte wort glaub mir ist es schneller weg als so kevin sein kannst muss ich noch mitspielen kann ich rausgehen aber pixel wie vielleicht spielen der hin der pixel er ist bestimmt auf der toilette ich will das leben mit uns mal dj buch fühle ich dann mehr spiel ich habe mein mikro gehauen ich mache wieder meine armbände wirst du ihn ab so zu geraten weil guckst du an der seite ne du wirst rum ob man auch mehr sache Du denkst du willst du so einen, willst du so einen, willst du so einen, willst du so einen. Gut kann. Ich hab gedacht, der Kevin will schon schlafen. Ne. Papa findet nicht mehr rein, dass man nicht schlafen muss. Haben wir eh genug gespielt, oder? Hör noch da. Komm ran. Kniff. Komm her. Handa willst du noch spielen? Ich lege mich noch euch, mir ist es egal. Ja dann. Oh, da macht es keinen Sinn zu dritt. Ne, zu dritt macht es keinen Sinn wegen dem random. Wohnt sich nicht. Ja, wir können dann später noch mal später spielen. Da können wir UNO spielen, oder so. Hm. Komm Kniff. Party hart. Komm. Ich bin grad um überlegen, ob ich mir das Ding hier holen soll. Das neue Hortospiel, was das demnächst aufkommt. Fertisches Spiel. Das ist so vom ersten Weltkrieg. Ed Infindium heißt es. 100% Ankerns. Hm. Ich bin gut, hm? Ich hab mir gedacht, das neue Hortospiel hast du schauen. Schau, das ist das. Keine Ahnung. Das ist das. 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 Game. In Österreich ja. Ja, in Österreich ja, Mann. Oh, another one. Ich hab ja bestimmt... Oh, 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 oh. Ich fäll rum. 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 Dreh zu lösen oder sowas. Ist das mehr taktisch aufgebaut oder... Boah, weiß ich jetzt nicht. So, jetzt kommen die ganzen Zombies. Wenn du selber entscheiden kannst, wie es weiter geht. Wie hieß das? Heißt nicht mehr. Das sieht aber echt interessant aus. Nein, nicht Granaten. Absolut. Naja, kurze. Ja. Ich habe auf dem Dach einen Brunnen entdeckt. Total trocken. Wahrscheinlich haben die TrueSans Probleme mit der Bombe. Ich muss noch mal schauen. Ja. Wir machen das schon. So, ich schicken dann auch die ... ... ... ... ... ... ... ... Da vorne ist ein Wartungsraum. Vielleicht befindet sich die Pumpe dort. Da ist ein Schal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich wollte mir kein Spiel mehr kaufen, man. Ich will eigentlich nur noch ein Horror-Spiel spielen. Da gibts ja keine Schwäne. Wo ist die F***in wieder, man muss das Ding machen. Ich hab den 1.2.0 gleich durchgespielt innerhalb von 5 Stunden oder so. Mit den besten Zeiten und so. Das hat echt mega Bock gemacht. Das würde ich auch gerne spielen wollen. Das würde ich auch gerne spielen wollen. ... ... Machen Sie die Ventile auf. Lassen Sie das Wasser fließen. Ihr seid nicht die Klügsten hier, ihr kommt die da raus wo mein Geschirr ist. Das ist schon ein ziemlich schlechtes Power. Also GTA 6 wird auf jeden Fall geholt, GTA 6 und Mafia 4 vielleicht erwähnt. Ja, GTA 6 ist so ne Frage, wann kommt es raus? In ein paar Jahren? Von hier oben geht ein Wasserfall. Ja, der Leake meinte, das wird dann am 26. Oktober kommt ein Release, dann wird das Datum gesagt. Ich muss mal abwarten, bis du dann 26 Minuten tot bist. Aber ich glaube, das wird dann erst rauskommen, wenn die Playstation 5 Pro rauskommt. Und was ich fand, der dann besser wie an der anderen, die es jetzt gibt? Was ich fand, besser an der Playstation, die dann rauskommt? Ja, die hat halt mehr Leistung und und und, aber wegen Leistung und wegen Herz lohnt sich das nicht. Die Slim ist zwar quasi nur Energiefahrt, sondern und haben halt besseren Laufwerk eingebaut, aber ansonsten... Bullshit. Ja, was sollen sich trotzdem wieder eigentlich Leute finden, die das trotzdem kaufen. Ich hab hier meine, die ich hier für 700 gezahlt hab. Wie? Du hast 700 für deine Playstation gezahlt? Ja, wo sie komplett neu auf dem Markt war, da war sie halt überall ausverkauft. Und da gab es halt auch diese E-Bails und seine Scheiße und ich wollte unbedingt eine haben. Ok. Und ja, ich war halt einer der Ersten, hab mir halt drei Stück vorbestimmt normalerweise. Dann wurden sie mir storniert. Ja, und da hab ich gar keine mehr bekommen. Und dann wurde es mir zu blöd und hab dann nur noch eine für mich gekauft. Und dann hab ich eine Schwester, für meine Schwester eine besorgt. Ich hatte damals Glück, ich bekam direkt beim zweiten Entzug, bekam ich meine. Ich fand es schon dumm, dass sie gesagt haben, mit oder ohne CD-Laufwerk. Hast du mit Laufwerk oder ohne? Ich hab mit. Äh, mit. Ich auch. Digital lohnt sich gar nicht. Ich bin nur so der Sammler, ich brauch das bei mir. Ja, ich auch. Damit mir die Erinnerungen hochkommen, sowas. Aber das liegt einfach, wir sind damit aufgewachsen. Das stimmt. Die sollen mal Kung Fu Panda rausbringen, Mann, alter Mann. Ich hab vor allem mega Bock auf das Game. Auf der Xbox 360 gab das, Mann. Auf der neuen Xbox gibt es ja nichts. Ich glaub ich hol mir jetzt wieder eine GameCube, Mann, da hab ich mega Bock drauf. GameCube ist für mich die beste Nintendo-Konsole. Ja, fühle ich. Ja, aber auch N64. Super. Super. Ja. Aber, was ich auch nicht verstehe, der GameCube-Controller ist der beste Controller, den Nintendo je entwickelt hat. Ja, das ist auch so, ja. Das stimmt. Das stimmt. Das hab ich gefühlt. Mal Mario Party. Ja. Super Smash Bros. Da hab ich gesucht. Das hab ich gesucht. Bei mir war jeden Tag Party bei mir zu Hause. Bei 10, 15 Leuten. Wir haben uns immer gestritten, wer als nächstes dran ist. Geile Turniere haben wir gemacht. Beim Edeka. Diese billigen Eisdip für 50 Cent damals. Was wir immer gemacht haben. Wir haben dann immer bei einem Kumpel, da haben wir einfach so zwischen 6 bis 10 Röhrenfernseher aufgebaut in die Garage. Ja, ja. Und dann wurde losgezockt. Ja, ja. Solamen-Partys und so. Das war mit der PS3-Zeiten. Und PS4. Wo die neu rauskamen halt. Bei Freunden übernachten. Und danach die komplette Nacht durchzeugen. Da hatten wir keine Chaya oder so. Nix. Wir hatten nix. Jochen und so. Jetzt war's doch das, was wir sind. Bis es war jetzt einfach Motorfest ist. Das haben wir zu tun. Wir hatten eine gute Zeit. Wir hatten viele Bödingen. Wir hatten eine gute Zeit. Wir hatten, die war die Zeit nicht immer. Fohlen-Zeit nicht. Er hatte liegt die Zeit gleich. Hey, die haben einen Tomb Raider, man, remastert, man, den ersten, zweiten, dritten Teil. Nee, das fühle ich nicht. Das fühle ich nicht. Man misst die alte Grafik auf der Playstation 1, man. Nee, das fühle ich echt nicht. Nur fair-reactive Titten sind geile Titten. Gibt's kein richtiges Horror-Game oder so? Dort wird die Division angegriffen und sie haben Verstärkung angefordert. Wir treffen uns auf dem Rasen im Süden des Weißen Hauses. Also für mich, die geilsten Horror-Games waren noch immer die Project Zero-Serie. Speziell aber. Nee, nee, du hattest die, ähm, damals auf der Playstation. Hallo? Playstation 2. So lange. Kamen noch mal alle auf PC raus, aber original waren die für die Playstation 2 und 3. Kim, was denkst du, soll ich es mal kaufen und es danach streamen? Was ist deine Entscheidung? Das ist Babyshark, man. Babyshark, da-da-da-da-da-da. Babyshark, da-da-da-da-da. Babyshark, da-da-da-da. Das ist doch lustig. Gut oder nicht gut, ey? Ich würde das Ding mal... ...schoten. ...schoten. Hmm. Hmm. Wiedersehen. Oh, ich hab ne Lootkiste, wenn wir mal schauen. Ich hab ne Lootkiste. Ich hab das viele Bock machen mit VR. Ich hab ne Lootkiste. 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 Ich hab ne Lootkiste.